Mein Name ist Chris und ich komme ursprünglich aus der Schweiz. Ich bin in Zürich geboren und wohne jetzt in Berlin seit eineinhalb Jahren. Bei GLS bin ich seit Beginn, also auch eineinhalb Jahren und die Schule gefällt mir super. Der Unterricht auf Deutsch gestaltet sich nicht immer einfach, aber diese Herausforderung finde ich eben genau spannend und interessant. Ich unterrichte auf verschiedenen Niveaus, momentan konzentriere ich mich auf die Niveaus A1 bis B2. Ich habe mich entschieden im Bereich der Sprachen zu arbeiten, weil ich schon immer eigentlich eine Leidenschaft für Sprachen hatte. In meiner Freizeit mache ich Sport, ich gehe gerne ins Fitnessstudio, ab und zu spiele ich mal Tennis, Tischtennis, finde ich super. Ich lese auch sehr gerne, also ich muss immer auf dem Laufenden sein. Ich lese täglich Zeitungen und auch in meiner Freizeit widme ich mich der Sprache. Also ich finde Berlin im Winter immer ein bisschen anstrengend und reise dann gerne. So ein bisschen ja auch die Sonne erleben, weil im Winter gibt es ja einfach keine Sonne. Und die hole ich mir dann woanders. Ich habe auch schon eine Weltreise gemacht und habe schon viele Flecken auf der Welt gesehen. Aber es gibt auch noch ein paar Flecken, die noch fehlen, also ich werde auch weiterreisen. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns dann im Unterricht.